Der australische Fonds IFM wird ein Angebot für jene 10% der Flughafen Wien Aktien legen, die im Streubesitz an der Wiener Börse notieren. Es sei aber ausdrücklich kein Ziel, eine Mehrheit am Flughafen Wien zu erwerben. Das teilte der Fonds mit. IFM hält knapp über 40%. Je 20% halten die Stadt Wien und das Land Niederösterreich, 10% die Mitarbeiterstiftung. Die drei anderen Großaktionäre wollen ihre Anteile nicht veräußern. Anfang Juni hatte der IFM Global Infrastructure Fund über seine Tochter Airports Group Europe seine Beteiligung am Flughafen Wien auf knapp über 40% aufgestockt. Üblicherweise löst dies die Pflicht aus, für alle verbleibenden Aktien ein Angebot zu legen. Die Übernahmekommission habe aber entschieden, dass beim Flughafen Wien eine Ausnahme im Übernahmegesetz greife, sodass dieses umfassende Pflichtangebot nicht fällig werde. Nun bietet IFM dem Streubesitz, wie schon Anfang Juni kommuniziert, 33 Euro je Aktie. IFM investiert im Auftrag von mehr als 600 institutionellen Investoren für die Altersvorsorge von 120 Millionen Erwerbstätigen auf der ganzen Welt.